Der Grund, warum 97% aller Männer, die wir persönlich betreuen im Coaching, als auch der Männer, die wir jeden Tag hier auf diesem Kanal, in unserem Podcast, auf Instagram und überall sehen, um diese Männer es nicht hinbekommen, eine wirklich tolle, intelligente, smarte, wunderschöne, natürliche, adrette Frau an sich zu binden, liegt an einer Gewohnheit. Und diese Gewohnheit werden wir dir heute eröffnen. Und du wirst dich höchstwahrscheinlich sehr ertappt fühlen. Völlig egal, ob du gerade noch gar keine Ahnung hast, wie du Frauen kennenlernen sollst. Oder schon 70.000 Dates hattest, auch schon mit ganz, ganz vielen Frauen geschlafen hast, aber du einfach nicht diese tiefe Verbindung aktuell hinbekommst. Ja, das ist wirklich ein Basic-Thema und das ist verdammt wichtig. Darum hör dir die Folge an, schau dir die Folge an und dann schau mal und schreib mir, ob du sagst, hey, Andi, du hast recht gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das betrifft, aber tatsächlich hat mich das sogar wie die Faust aufs Auge betroffen. Das wird nämlich der Fall sein. 97% der Männer, wie gesagt. Okay, Männer, mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Das ist der Podcast für Männer mit Herz. Herzlich willkommen zum Freundin für den Podcast. Mit dabei unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik van Aave. Jawohl. Das Thema, was 97% aller Männer, die Gewohnheit, die 97% aller Männer machen und was dir auch, wie Andi gerade schon gesagt hat, die Faust aufs Auge treffen wird. In dieser Folge bekommst du ein blaues Auge. Viel Spaß damit. Zieh die Boxhandschuhe an. Es geht los. Das Verkopfen ist so ziemlich das gängigste Problem, das uns begegnet in den Charisma-Analysen. Gerade eben, auch wieder gestern, haben wir mit jemandem gesprochen. Dominik, du erinnerst dich, der Mann, der hat auch sein Date. Selbst wenn es nicht so vorkommt, als ob wir so verkopft sein, als ob wir so rational und logisch alles angehen. Dieser Mann hat sogar sein Date eigentlich relativ logisch und rational betrachtet und dementsprechend hat es dann auch nie geklappt bei den Dates. Wir sehen das sehr häufig, oder was dieser Mann, der Teilnehmer, der sich jetzt auch für die FMC, für das Coaching entschieden hat, was er gemacht hat, als ich ihn gefragt habe oder ihn aufgefordert habe, erzähl mal von deiner Erfahrung. Er hat erzählt, dass man lernt sich so kennen und dann hat man festgestellt, dass auf dem Date, auf dem Treffen, dass es dann doch nicht so funkt und dann hat man sich halt wieder verabschiedet. Da habe ich ein bisschen nachgefragt, er hat ein bisschen weiter ausgeholt und was er halt oftmals so, oder was er dann so am Schluss erzählt hat, ist der Punkt. Ja, ich sehe Dates und Treffen, das sehe ich ja so, dass man sich kennenlernt, man schaut, welche Gemeinsamkeiten hat man, welche Hobbys hat der andere, ist das kompatibel mit dem anderen und dann entscheidet man sich, ob das passt für ein zweites Date, für einen nächsten Schritt, eine weitere Zukunft. Und was glaubst du, lieber Zuhörer, haben die beiden sich nochmal für ein zweites Date getroffen? Nee. Denn genau das Ding ist, dass er und er war da wie vor den Socken, als ich ihm das direkt gesagt habe an der Stelle, dass er, dass sein Kopf und sein Herz nicht in derselben Liga spielen. Die spielen nicht mal dasselbe Instrument, die spielen nicht denselben Sport. Sein Kopf ist dazu da gewesen, um alles wegzurationalisieren. Alle Gefühle, die er hatte, all die Frustration, die Verletzung, die er hatte, weil sich entsprechend die Frau nicht für ihn interessiert hat, für ein zweites Date und obwohl er sich so viel Mühe gegeben hat. Und das erste Date war seit jemals tatsächlich. Und die Frau ihn entsprechend halt nicht wiedersehen wollte, es hat für sie keinen Sinn gemacht. Das war für ihn dann sehr faszinierend, das zu sehen, und faszinierend ist dann auch entsprechend ein sehr kopflastiges Wort, zu sehen und zu erfahren, dass Kopf und Herz, dass sein Kopf in einer anderen Richtung denkt und sein Herz beschützen möchte, als entsprechend sein Herz. Sein Herz möchte verstanden werden, möchte Zuneigung, möchte Nähe, möchte Verbundenheit, möchte eine Partnerin finden. Und hat sich ganz viel Mühe gegeben und war nervös, aber sein Kopf hat alles wegrationalisiert. Und das ist eben genau der Knackpunkt bei so vielen Männern, dass sie einen... Also das ist erstmal was völlig Normales, um erstmal diesen Punkt zu erklären. Unser Kopf mag gerne Gefühle zu rationalisieren. Alles, was du kaufst in deinem Leben zum Beispiel, kaufst du aufgrund von Emotionen. Du kaufst das nicht, weil es so wahnsinnig viel Sinn macht, das gerade zu tun. Das ist das, was du dir später erzählst. Das ist das, was du dir später erzählst, damit du dich nicht irgendwie schlecht fühlen musst oder so. Oder damit du einen weltlichen Grund hast, diesen Kauf getätigt zu haben. Und das Gleiche machen wir dann entsprechend auch bei einem... Oder hat er dann entsprechend auch gemacht bei dem Date. Er war emotional sehr investiert, aber damit das nicht so wehtut, weil sie ihm einen Korb gegeben hat, hat er das komplett wegrationalisiert, hat dann dissoziiert gesprochen. Und dissoziiert bedeutet da entsprechend, statt zu sagen, ich wollte sie kennenlernen, hat er so entsprechend was gesagt wie, man möchte sich ja kennenlernen. Mann. Wer ist Mann? Weil wenn wir dann so dissoziiert sprechen, dann tut das nicht weh. Du kannst das mal selber als Zuhörer selber mal gerade probieren, wenn du sagst, ich traue mich nicht, eine Frau anzusprechen und Mann traut sich nicht, eine Frau anzusprechen. Sag mal die beiden Sätze, ich traue mich nicht, eine Frau anzusprechen. Lass das mal ein, zwei Sekunden sacken. Und dann sag mal, Mann traut sich nicht, eine Frau anzusprechen. Welcher der beiden Sätze tut mehr weh? Ja. Wahrscheinlich der erste. Der erste, weil du entsprechend über dich sprichst. Weil du sagst, ich bin derjenige, dem es schwerfällt. Ich bin derjenige, der sich nicht traut. Aber wenn ich sage, Mann traut sich nicht, dann ist das so, die Allgemeinheit traut sich nicht. Alle Menschen trauen sich nicht, deswegen ist es gar nicht so schlimm für mich. Und diese Dissoziierung, Dissoziation, die zeigt sich dann entsprechend auch im Laufe des Gesprächs die ganze Zeit so dissoziiert von dem eigenen Selbst, von den eigenen Wünschen und damit auch von dem Herz. Und entsprechend von den Emotionen, von deinem Wunsch, was du eigentlich erreichen möchtest. Und wenn wir uns entsprechend in unserem Kopf bewegen die ganze Zeit und unsere Emotionen wegrationalisieren, dann kann gar keine Verbindung hergestellt werden mit der Frau. Oder halt auch mit einem anderen Menschen. Weil das, was Verbindung herstellt zwischen zwei Menschen, egal ob auf romantischer oder freundschaftlicher Ebene oder auf geschäftlicher Ebene, das, was Verbindung herstellt, ist die Emotion. Es gibt den alten Satz Menschen kaufen von Menschen, und das ist halt nicht nur im beruflichen Kontext, im Business-Kontext so, sondern wir kaufen immer von einem anderen Menschen, ob wir entsprechend seine Meinung kaufen, ob wir eine gute Zeit mit ihm kaufen oder sein Produkt. Wir wollen einen Kontakt zu einem Menschen haben. Und wenn dieser Mensch komplett in seinem Kopf ist, dann ist er halt nicht mehr Mensch, dann ist er mehr so Roboter. Dann ist da keine Emotion mehr, keine Grundlage der Verbindung. Und wenn ich das auf einem, ich als Frau würde das auf einem Date spüren, bei einem Mann, dann kann ich halt gar keine Verbindung herstellen, und dann weiß ich aber auch nicht in vielen Fällen, woran es liegt. Weil er ist ja da und erzählt ja ganz tolle Sachen. Aber er ist mit seinem Kopf da. Aber nicht mit seinem Herzen. Das heißt, wenn er mit seinem Herzen nicht da ist, das heißt, Verletzlichkeit zeigt, sich öffnet. Wenn all das nicht gegeben ist, dann ist er nicht im Hier und Jetzt. Dann ist er nicht selbstbewusst. Dann versucht er mit seinem Kopf ganz angestrengt eine Fassade, eine Maske zu halten und sich im besten Licht zu präsentieren und ist damit nicht mehr authentisch. Dann ist er nicht mehr diese Person, die ich kennenlernen wollen würde. Ja. Und das führt dann dazu, dass ich als Frau dann sagen müsste, okay, nee, kein zweites Date, aber ich kann nicht genau mit dem Finger zeigen, woran es liegt. Weil das ist auch nicht ihre Aufgabe. Du kannst sehr glücklich sein darüber, wenn eine Frau dir ein genaues Feedback gibt, woran es liegt, warum sie dich kein zweites Mal treffen möchte, dann, also das ist sehr cool, aber in den meisten Fällen können sie das halt nicht und weil das ist halt auch, wie gesagt, nicht ihre Aufgabe. Ja. Ja, wir haben als Männer so ein intrinsisches Bedürfnis danach, Dinge richtig zu machen, kompetent zu sein, für andere ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein, zumindest bei den Männern, die wir hier anziehen, Männer mit Herz, Männer mit Tiefe, das ist unser Anspruch und wenn wir dann vor einer Frau den Wunsch hegen nach einer Verbindung, nach Sex, nach Nähe, nach Intimität, dann gehen wir das an, so wie wir die letzten 99 anderen Herausforderungen angegangen sind und das ist meistens sehr rational. Wir gehen das dann genauso rational an und denken uns, okay, wie kann ich sie überzeugen, wie kann ich vor ihr gut dastehen und mit ihr eine Verbindung aufbauen auf persönlicher Ebene, ich möchte Gemeinsamkeiten finden, haben wir gemeinsame Hobbys, das sind alles rationale Sachen, die wir auf einer Checkbox quasi abhaken können, aber die Tatsache, dass wir all diese Dinge rational erledigen und erreichen wollen, sind, ist schwer, dass das wirklich zu, das zu akzeptieren, weil es so lange schon ein Teil unserer Identität ist, weil wir uns ja auch natürlich auch viel von unserem Selbstwert daraus borgen, dass wir in anderen Bereichen kompetent sind, wie zum Beispiel unseren Beruf, wofür wir sehr viel Energie reingesteckt haben und dort dann zuzugeben, hey, diese Strategie, dieser Weg, der führt mich nicht an mein Ziel, an meinen Herzenswunsch, deswegen wiederhole ich diese Frage auch oft, wenn wir in unseren Live-Online-Seminaren sind, was ist denn dein Herzenswunsch, nicht was ist dein Ziel, warum bist du hier auf rationaler Ebene, sondern wenn wir wirklich ehrlich sind, was wünschst du dir am allermeisten und das erfordert es, ins Gefühl hineinzugehen und es ist so erstaunlich, wie mit wie vielen Männern wir sprechen und auch Frauen, die sich interessieren für das, was wir tun und für unser Coaching und dann fragen sie, wer ist denn da so alles bei euch im Coaching, sind das dann alles so Männer, die halt noch nie in ihrem Leben Sex hatten mit 40 oder also so wirklich, wirklich harte Fälle und das ist irgendwie die Erwartungshaltung, dass nur jemand, der ein wirklich harter Fall ist, der es überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, lässt sich helfen und nimmt ein Coaching in Anspruch, wo es darum geht, Frauen kennenzulernen, selbstbewusster zu werden, mehr in die Leichtigkeit zu kommen, flirten zu lernen, mit tiefen Verbindungen aufzubauen, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Unsere Teilnehmer, die sind auf der Straße, die sind bei dir deine Arbeitskollegen, das sind Freunde da im Freundeskreis, das sind Menschen wie du und ich aus jeder sozialen Schicht, aus jeder Einkommensklasse, aus jedem Intelligenzlevel, also da haben wir Doktoranden da, da haben wir Polizisten da, da haben wir aber auch Männer, wir haben Sportlehrer da, wir haben viele, haben wir auch schon oft drüber geredet, viele, ich vergesse den Namen immer wieder, bitte Dominik, wie heißt der Beruf, der mit Menschen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Dankeschön, du wirst das ganz genau, woran ich spreche, genau, ja, Menschen, die für andere einen Beitrag leisten wollen, es ist wirklich durch die Bankweg alles vertreten, aber was, warum ich das erzähle, der Knackpunkt, der dann die, die Männer dann davon abhält, einen ehrlichen Blick in ihre Defizite zu werfen, ist genau diese Identität, naja, ich bin ja nicht so ein harter Fall, bei mir kann es ja gar nicht so schlimm sein, ich muss das doch eigentlich irgendwie hinkriegen, oder ich bin ein harter Fall, also um das auch nochmal gerade auch nochmal anzusprechen, weil sich erfahrungsgemäß eine große Gruppe, weil du jetzt gerade gesagt hast, so, oh, mit 40 noch Jungfrau diese harten Fälle sich dann auch gerne abgeholt fühlen, ah, ich bin ja ein harter Fall, deswegen kann es bei mir nicht funktionieren, wenn du dich da jetzt gerade wieder ertappst, wieder erkennst, bei dem, was ich gerade gesagt habe, hör dir die Folge zum Thema Identität an, scroll ein bisschen zurück in der Podcast-App, da wirst du die finden, weil du möchtest dann entsprechend genau dieser harte Fall sein und dann kann es bei dir auch nicht funktionieren, weil du dir eine ganz große Wand aufbaust und wir können die nicht einreißen, wenn du das nicht möchtest, also um gerade nochmal den Punkt reinzuwerfen. Ja, dankeschön, völlig richtig, das ist der Punkt der Identität, wir suchen uns eine Sparte aus, mit der wir uns wohlfühlen, was wir sind, entweder ist das der herzliche Mann oder es ist der kompetente Mann oder es ist der, ja, der hoffnungslose Fall, in jedem Fall gibt uns diese Identität etwas Ruhe, etwas Gelassenheit. Es gibt uns etwas, worauf wir uns verlassen können in dieser ohnehin schon chaotischen und, ja, ganz schön furchteinflößenden Welt, in der du dich eigentlich trauen können solltest, auf eine fremde Frau zuzugehen und zu sagen, hey, wie geht's dir? Ich bin der Andi. Machst du gerade so. Und weil das natürlich total Terror verursacht in uns und wir sagen, ich hab da einfach zu viel Angst davor, müssen wir uns auf Dinge fokussieren, wo wir sagen, hey, das weiß ich wenigstens, das ist meine Realität und das ist dann entweder, ich krieg's ja eigentlich ganz gut hin mit Frauen, obwohl du's eigentlich überhaupt nicht gut hinbekommst und du gerade Single bist und diesen Podcast hörst, weil, ja, die eine Frau, auf die du wirklich stehst, das hat einfach bisher noch nicht geklappt oder die eine, die du wirklich wolltest, ihr seid auseinandergebrochen und das hat dann auch tiefere Gründe gehabt, dann gehst du von einem schwachsinnigen Identitätszustand aus, dann sagst du dir, ja, ja, das läuft ja eigentlich bei mir, obwohl es nicht läuft und dann musst du einfach ehrlich mit dir selber sein, so, das war ich auch, das ist ganz wichtig, dass wir sagen, bei mir läuft es nicht und dann finden wir eben den exakten Grund oder die mehreren Gründe oder deine Identität ist eben, ja, ich bin so ein harter Fall, ich krieg's nicht hin und dann kann mir auch ein Coach nicht helfen, beides ist, ist total destruktiv, ja, weil dann, dann findest du immer eine Bestätigung dafür, dass du entweder sowieso schon alles richtig machst oder sowieso alles falsch machst, beides hilft halt überhaupt nicht, ja, realistische Sicht auf die Dinge ist da einfach nötig und die realistischste Sicht, die wir hier auf die Problematik, der du dich jedes Mal, wenn du eine wirklich tolle Frau vor dir siehst oder es näher voranschreitet mit ihr, die Problematik, die du dich dann ausgesetzt fühlst, die fängt, genau dort an, wo wir jeden Tag uns nicht drin befinden, das ist in der Leichtigkeit, das ist im Flirt, das ist in der Ungezwungenheit, in einer Welt, in der kein Druck herrscht und das ist ganz schön schwer zu verstehen, wenn wir diese Zielgerichtetheit, diesen Druck und diese Rationalität so krass seit Jahren oder Jahrzehnten gewohnt sind, Jahrzehnten, durch unseren Beruf, durch alles, was wir erreichen wollten, das haben wir uns zum Ziel gesetzt und dann haben wir es irgendwann geschafft oder wir haben nochmal die Strategie geändert, wir sind vor allem im deutschsprachigen Raum Experten darin, Dinge logisch, rational zu betrachten, was wir nicht gut können, ist Dinge aus dem Herz heraus, aus dem Affekt heraus, intuitiv, temperamentvoll, leidenschaftlich, humoristisch, locker anzugehen und wenn du das in manchen Bereichen tust, wunderbar, wenn du das bei deinen guten Freunden vielleicht auch schon machst, wunderbar, aber eben nicht in den Situationen, in denen es wirklich darauf ankommt, nämlich in allen anderen, wo es dann auch um Frauen, um die Liebe, um die Herzensangelegenheiten geht, da geht es genauso darum, locker zu sein, im Moment zu sein, dich nicht vor diesen Ergebnissen erdrücken zu lassen, vor denen du glaubst, dass sie entweder ganz, ganz, ganz weit entfernt sind oder eigentlich ganz nah, ich müsste nur diesen einen Schritt machen, ich müsste eigentlich nur hingehen und ihren Kompliment machen, ah, warum kriege ich das nicht hin? Die Blockade, die wir dort im Kopf spüren, die so riesig erscheint, die hängt oft, nicht immer, es kommt auf deinen Persönlichkeitstyp an und die Umstände, aber oft auch einfach, weil du dir so einen Druck machst, Ergebnisse erzielen zu müssen. Ein Ergebnis muss her. Und wenn keine Ergebnisse da sind, dann denkst du dir, warum mache ich das überhaupt? Aber dort diesen Schritt zurückzumachen, dich also einfach auf den Prozess als Ganzes zu fokussieren, zu sagen, hey, ich lasse mich hier auf eine lebenslange Reise ein, eine Reise des Wachstums, des Abenteuers, der Selbsterkenntnis, des Kennenlernens von mir selber und von anderen Menschen, der Tiefe, dann kannst du keine Fehler machen. Dann kannst du keine Fehler machen. Ob es jetzt in Anführungsstrichen klappt oder nicht klappt, diese Frage erübrigt sich, weil es nicht mehr darum geht, dass irgendetwas klappt oder nicht klappt. Das ist halt super unwichtig dann. Genau, es geht nicht darum, dass du vor jemandem gut dastehst oder dass es nicht peinlich wird. Das ist irrelevant. Es geht um gemeinsames Wachstum und zu verstehen, dass wir alle im Prozess des Wachstums sind. Egal, ob du jetzt derjenige bist, der mit 40 noch Jungfrau ist oder derjenige ist, der schon mit 50, 60 Frauen geschlafen hat und sagt, ich habe eigentlich keine Probleme damit, aber ja, bei der richtigen hat es noch nicht geklappt. Bei beiden sind wir noch ein ganzes Universum am Menschenleben von der Perfektion entfernt. Wir haben noch so viel zu lernen und das ist toll, das ist gut so. Wir sind einfach nicht perfekt und wir werden auch nicht perfekt sein. Aber wenn du dir selber eingestehst zu sagen, hey, ich bin nicht perfekt, A, ist das okay, ich bin gut so, wie ich bin, aber B, ich möchte noch wachsen, da geht noch mehr. Ich habe einfach Lust darauf, als Mensch noch mehr zu erfahren, zu wachsen, mit jemandem gemeinsam ein Leben zu teilen und mit jemandem auch dieses Leben entlang der Reise dann irgendwann in der Familie münden zu lassen oder eben ein neues Kapitel, eine neue Dynastie, wo du jetzt endlich mal das leben kannst, was du schon immer, hey, das ist zumindest mein Ziel, ne, das habe ich mir immer gesagt, Dominik, ich wollte immer eine neue Dynastie gründen. Als ich gesehen habe, wie meine Eltern das nicht hinbekommen haben und noch zusammengeblieben sind wegen ihrem Glauben und wegen den Kindern und aber es einfach nicht gepasst hat und das natürlich zu super viel Frust und Stress zu Hause geführt hat, habe ich gesagt, nee, das macht keinen Sinn, sich einfach nur den Status Quo zu akzeptieren, weil es ist nun mal so, ich wollte meine eigene Dynastie gründen, ich wollte eine eigene Familie gründen, wo ich sage, hey, ab sofort mache ich es anders und ich wette, das ist natürlich ein Satz, den viele Menschen sagen, hey, ich werde es anders machen und dann, wenn sie selber Eltern sind, dann machen sie doch manche Sachen genauso. Ich bin da bestimmt nicht unschuldig, werde bestimmt auch manche Sachen genauso machen. Du hast ja schon eine Familie im Prinzip gegründet, deine Dynastie, all die Männer, die wir über die letzten zehn Jahre im Coaching hatten, die haben ja alle auch deine Philosophie gespürt und mitbekommen und leben auch entsprechend nach genau ihrem Herzen, nach ihrem Wunsch. Klar, und auch meine eigene Beziehung, die fußt ja auf der Philosophie von emotionaler Unabhängigkeit plus Wertschätzung, Verehrung. Anders kann es nicht funktionieren, wenn wir nicht sagen, ich bin unabhängig, ich brauche das Ergebnis nicht, ich mache mir keinen Druck mehr, weil die Ergebnisse, die kommen mit der Zeit, darauf vertraue ich. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir immer ganz, ganz kleinlich, im Moment versuchen wir entweder gut dazustehen oder dass wir keinen Fehler machen und da verkopfen wir so ungemein, dass wir nicht mehr von Selbstbewusstsein sprechen können. Das ist einfach kein Selbstbewusstsein. Das ist eine ganz andere Form von Selbstkritik und niederem Selbstwert, weil du eben denkst, ich bin noch nicht gut genug. So, emotional Unabhängigkeit ist die Basis, ist das Fundament dafür, dass wir uns auf andere Menschen zubewegen können, dass wir auf dem Date ihre Hand nehmen können, dass wir sie küssen können, dass wir auch ins Schlafzimmer mit ihr gemeinsam gehen können, dass wir auch, wenn die Beziehung voranschreitet und sie vielleicht dann immer wichtiger wird, diese Frau und dieser Menschen in deinem Leben, du denkst dir, wow, sie ist richtig toll und dann kommt die Angst, sie zu verlieren, dass du auch dann voller Unabhängigkeit und Lockerheit so agieren kannst, wie als ob du sie gerade das erste Mal gesehen hättest und ich hoffe, wir gehen jetzt davon aus, dass du beim ersten Mal, wo du sie gesehen hast, sie voller Unabhängigkeit und Lockerheit kennengelernt hast, denn wenn du selbst dann schon verkrampft warst, dann müssen wir auch dort ansetzen. Das ist das Wichtige, das ist die Basis, diese Unabhängigkeit, ergebnislos und vollkommen dem Prozess zu vertrauen und dann obendrauf Verehrung, Wertschätzung. Was ist das? Das ist eine Emotion, das ist nichts mehr Rationales. Das ist, wenn du dich hingibst, deiner Verletzlichkeit, Tür und Tor öffnest, zu sagen, du kannst mich sehen, du siehst mich, wie ich gerade bin, du kannst mich auch ablehnen und dann ist das so. Ich kann loslassen, bin unabhängig, weil ich mich so öffnen kann, weil ich sagen kann, ja, hier bin ich, kann ich eben auch auf einer Herzensebene connecten und ich kann leichtherzig sein, ich kann flirten, ich kann sexuelle Anspielungen machen, ich kann mit ihr gemeinsam eine Wirblase aufbauen, eine tolle Fantasiewelt, in der wir zwei uns so innig vertraut fühlen und die ganze Umwelt um uns herum verschwimmt, wie in einem wie in einem gaussischen Blur aus Farben und wo Dinge einfach nicht mehr im Fokus stehen, wie wenn du bei der Kamera den Fokus so ziehst, die Blende so ziehst, dass du nur noch das siehst, was im Mittelpunkt ist und das ist dann diese Frau vor dir. Alles andere wird unwichtig, alles andere verschwimmt und ihr zwei habt einen wirklich, wirklich einzigartigen Moment, einen magischen Moment, wo es knistern kann. So viel gehört da nicht dazu, aber die Basics, die gilt es zu knacken, die gilt es zu verstehen und anzuwenden und täglich anzuwenden, denn wir reden hier von neuen Gewohnheiten, wir reden hier nicht von irgendetwas, was ich mal irgendwo aufgeschnappt habe und dann, ah, so muss ich das machen, das ist der Trick, sondern wir reden hier von einer fundamental anderen Philosophie, sein Leben zu gestalten, von anderen Gewohnheiten, von Offenheit, von Ehrlichkeit, von Emotionalität und von Empathie und eben, dass du diesen Mut dann auch aufbringst, das zu tun, woran du glaubst, dass es wirklich, wirklich in deinem Herzen liegt und das ist immer der Weg auf jemanden zu, dem jemandem, jemandem eine Chance zu geben, jemandem auch Raum zu schenken, wenn es nötig ist, sie nicht einzuengen und ihr nicht zu sagen, so und so will ich das haben, klar, ja, wir sind keine Assis, wir sind keine Arschlöcher, aber ihr auch nicht maximal viel Raum zu geben und zu sagen, du, ich werde nicht mal dir sagen, dass ich dich mag, ich werde gar keine Avancen machen, ich werde dich nicht mal ansprechen, wenn du Interesse hast an mir, dann komm einfach auf mich zu und sie weiß nicht mal, dass es dich gibt, weil du zu Hause hockst und weil du im Internet auf Tinder swipest. So funktioniert es auch nicht. Der Mut, den Schritt auf jemandem zuzugehen, auf jemandem zuzugehen, den du magst, den du interessant findest, wo du vielleicht denkst, hey, ich kann es nicht erklären, aber es fühlt sich richtig an beziehungsweise da ist etwas, das mich an ihr anzieht, da ist Anziehung und dieses Gefühl, das ist das Gefühl, was wir spüren, wenn wir vor einer tollen Frau stehen, die smart ist, die intelligent ist, die natürlich ist und das ist dasselbe Gefühl, was sie bei dir spüren darf. Dieses Gefühl fängt sie nicht an zu spüren, wenn du auf der rationalen Ebene versuchst zu gucken, was haben wir gemeinsam, wo haben wir gemeinsam Hobbys, die wir zusammen machen könnten. Wie passt das hier? Das macht ja total Sinn mit uns. Du bist Single, ich bin Single, du bist Frau, ich bin Mann. Das passt ja super, ist ja auf dem Blatt Papier, ist ja perfekt, aber warum hat es denn jetzt nicht geklappt mit uns, warum wollte sie denn nicht? Sie hatte doch, sie hatte das Hobby Reiten und ich habe das Hobby Pferde malen, das ist doch perfekt. So funktioniert es halt nicht. Das ist, also das Leben ist halt keine Excel-Tabelle. Das Leben ist keine Matheformel und wir glauben halt so, das ist halt ein Punkt erstmal so, wir glauben, dass wir mit mehr Aufwand entsprechend auch mehr Ertrag bekommen im sozialen Bereich, im romantischen Bereich, im Dating entsprechend, aber das ist halt nicht so. Also wir können halt, wir können rausgehen und von mir aus so, angenommen, du hörst den Podcast und sagst jetzt, okay, ich werde jetzt, ich werde die Tipps umsetzen, die Andi und Dominik sagen und werde jetzt 100 Frauen ansprechen, jeden Tag und vielleicht machst du das auch. Dann hast du innerhalb von sieben Tagen 700 Frauen angesprochen, aber null Dates. Hast vielleicht eine Telefonnummer aus Mitleid bekommen. Warum? Weil halt mehr machen nicht dazu führt, dass du automatisch ins Herz kommst, dass du automatisch in den Moment kommst, sondern du setzt halt dann die Dinge um, die du auf der rationalen Ebene umsetzt, also die du auf der rationalen Ebene verstanden hast. Aber du bist nicht im Hier und Jetzt, du hast nicht gelernt, die Leichtigkeit zu spüren. Du hast nicht gelernt, zu flirten, entsprechend, was Leichtigkeit dann auch ist und damit auch eine Verbindung zu erschaffen mit dem anderen Menschen. Und also wir, die Männer sind häufig überrascht im Coaching, wenn ich ihnen dann sage, so, ja, mehr Aufwand führt halt nicht zu mehr Ertrag. Du kannst auch null Frauen ansprechen oder sagen wir damit, noch ein bisschen, bisschen glaubwürdiger für die Männer sind, ist, die nicht im Coaching sind. Du kannst eine Frau ansprechen und am Ende der Woche drei Dates haben. Absolut möglich. Hundertprozentig. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, wie das geht, dann melde dich bei uns. So, wir zeigen dir ganz genau, wie das geht. Und das, ein weiterer Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist der Punkt Druck. Warum machen wir das überhaupt? Warum rationalisieren wir überhaupt? Warum lasse ich denn überhaupt mein Herz gar nicht sprechen? Ich will doch die Verbindung haben. Und das ist halt dann der Punkt Druck oder wie Druck dann entsteht. Wir zerdenken dann die Sachen, wir sind super verkopft, weil wir in den Situationen, du hast gerade das, glaube ich, irgendwie die Phrase genannt, Andi, in den Situationen, in denen es drauf ankommt. So, das heißt, wir haben eine gewisse Wichtigkeit. Wir packen eine gewisse Wichtigkeit in einer Situation und dann vertrauen wir nicht mehr auf uns selbst. Wir können dann nur auf das vertrauen oder auf das zurückgreifen, womit wir uns maximal auslaugen können. Womit wir dann wenigstens ein Gefühl, körperliches Gefühl davon haben, dass wir gerade etwas tun und weil wir gerade etwas tun und eine Auslaugung haben, eine Auslaugung spüren, ein Gefühl von Kontrolle haben, ich mache es gerade sehr abstrakt, oder? Ein Gefühl von Kontrolle haben. Mach ich auch oft. Kein Problem. Wo wir ein Gefühl von Kontrolle haben, dann muss das das Richtige sein. Das heißt, das Denken. Wir vertrauen nicht auf uns als Person, das heißt, wir würden im Moment sein, wir würden Leichtigkeit spüren, wir hätten weniger Wichtigkeit in dieser eine Person, in dieser eine Situation, sondern wir rutschen in den Kopf, weil wir sagen, so, das ist mir wichtig, wir packen eine gewisse Wichtigkeit in die Situation und dann müssen wir denken und dann greifen wir aufs Denken zurück, weil das Denken ein Problemlöser ist, glauben wir. Aber es ist eigentlich damit auch ein Problem-Erschaffer, weil würden wir das gar nicht als Problem sehen, müssten wir es gar nicht lösen, in erster Linie. Und wir haben dann ein Problem vor uns, das wir lösen wollen mit dem Kopf und wenn wir im Denken sind, sind wir nicht im Hier und Jetzt. Denken ist Vergangenheit und Zukunft und beides existiert nicht, ist beides nur eine Vorstellung für uns. Das Einzige, was existiert, ist der Moment jetzt. Und dann sind wir auch im Hier und Jetzt, dann sind wir in unserer Emotion, dann sind wir gereifbar, dann sind wir verletzlich. Und das ist ein gutes Zeichen, verletzlich zu sein, weil das Verbindung erschafft. Aber dann erschaffen wir eine gewisse Wichtigkeit und diese Wichtigkeit erzeugt Druck. Und wir fangen an zu denken und wir fangen an, ganz viele Auswege zu finden und ganz viele Lösungen uns parat zu legen, einfach nur, damit wir nicht verletzt werden wollen. Du kannst dir das so vorstellen, dass Zerdenken, Überdenken oder Verkopftheit die Funktion deines Kopfes ist, um dein Herz zu beschützen. Zerdenken ist dein Kopf, der versucht, dein Herz zu beschützen. Und wie oft hat das schon funktioniert? Wahrscheinlich nie. Das hat vielleicht, jetzt wirst du als Gegenbeispielsortierer, der du wahrscheinlich bist, wirst du ganz viele Gegenbeispiele jetzt finden, wo es funktioniert hat und die aufzählen. Aber dann frage ich dich, okay, kurzfristig hat dir das vielleicht für eine, hat dir das vielleicht eine Situation erschaffen, wo du aus der Gefahrenzone gerade rausgekommen bist, wo es sich halt nicht verletzend angefühlt hat oder schlimm angefühlt hat, schmerzlich angefühlt hat. Das hat vielleicht in der Situation und ein paar Minuten danach geklappt. Aber langfristig? Hat dich das langfristig zu dem Menschen gemacht, zu dem Mann gemacht, der du glaubst, der du bist, der du sein möchtest oder der auch, von dem du weißt, dass der in dir steckt, der sein Potenzial entfaltet und attraktiv für die richtigen Frauen ist und das sind viele Frauen, die er auch attraktiv findet, so hat dich diese Verkopftheitentscheidung zu dem Mann gemacht, der du sein möchtest oder hat dich das zu dem ängstlichen Mann, hat dich das dem ängstlichen Mann bleiben lassen, der du bist oder vielleicht sogar noch zurückgeführt, zurückgeschlagen, also zu ein paar Level runtergesetzt, was den Mut angeht. Und die Antwort ist dann wahrscheinlich ja. Also wahrscheinlich war das keine, war das eine doofe Entscheidung. War das eine doofe Entscheidung, auf deinen Kopf dann zu hören und die Dinge wieder zu zerdenken, es nicht zu machen, nicht auf die Frau zuzugehen oder sich das perfekte, den perfekten Satz zurechtzulegen oder wieder entsprechend einfach wegrationalisieren, wie das Date gelaufen ist und dass es ja überhaupt keinen Sinn macht, dass sie so entschieden hat, weil auf Papier hat das mit euch beiden ja super Sinn gemacht und was du damit eigentlich nur machst, ist halt so den Schmerz nicht spüren, dabei würde der Schmerz, der Schmerz ist verkleidete Großartigkeit. Würdest du auf den Schmerz hören und würdest du ihn entpacken, dass das Geschenkpapier lösen, was der Schmerz ist, würdest du da drin ein wahnsinnig tolles Geschenk sehen. Und dieses Geschenk würde dich viel, viel näher zu deinem wahren Selbst, zu deiner Großartigkeit führen. Nicht nur, wenn du auf eine Frau zugehen willst, nicht nur, wenn du auf dem Date den nächsten Schritt gehen willst, sondern auch, wenn du immer wieder mit Frauen dich triffst, die, sondern auch, wenn du dich immer wieder mit Frauen triffst, wo du denkst, ja, ist ganz nett und ich habe eigentlich kein Problem mit Frauen Dates zu führen, Sex zu haben. Ich könnte, ich könnte auch eine Beziehung haben, wenn ich das will, aber da war einfach, das war die Richtige noch nicht dabei, der Funken ist noch nicht rübergesprungen. Auch dann, ich habe deswegen bewusst am Anfang diese verschiedensten Männer angesprochen, die zu uns finden. Auch dann ist genau die Lösung, die du suchst, die die Dominik gerade angesprochen hat. Schmerz ist verkleidete Großartigkeit. Dich dort dann wirklich verletzlich zu zeigen und selbst, wenn du mit Hunderten von Frauen schlafen könntest, dort die Verletzlichkeit zu zeigen, dein wahres Ich mal zu zeigen, die Verletzung, die du hast seitdem dein Papa dir nicht die Wertschätzung gegeben hat, die du eigentlich gewünscht hättest als kleiner Junge, die loszulassen und zu sagen, hier, das bin ich, ich bin eigentlich immer noch total verletzt deswegen und das, ich denke, das ist nicht relevant und ich denke, das hat mich, das hat mein Leben noch nicht aufgehalten und ich glaube, dass das schon bewältigt und verarbeitet ist, aber in Wahrheit sitzt da noch was verdammt tief, weil ich es nicht verarbeitet habe. krass, das ist so krass, wir glauben gar nicht, wie die banalste Sache, die wir jetzt als banal bezeichnen, unserer Vergangenheit, das kann irgendwie eine krasse Trennung in deiner Jugend gewesen sein, mit 13 oder sowas, oder eine Vernachlässigung, als du 4 warst, aber das war halt in irgendeiner Form eine Wunde für dich und du denkst dann, ja okay, es ist halt überwunden, einfach nur, weil Gras über die Sache gewachsen ist, aber es ist halt trotzdem noch eine Narbe da und wenn du das halt nicht behandelst, dann wird halt dein Körper, also ganz automatisch, dein Körper ist quasi die aus, wie sagt man, die ausführende Gewalt deiner Emotionen, um es mal so zu formulieren und wenn du jetzt an irgendeiner Stelle eine Verletzung hast, so angenommen, du hast dir den Rücken verletzt, dann bewegst du dich anders, du verhältst dich anders, du hältst deinen Körper anders und das sorgt wieder für andere Schmerzen in anderen Muskelpartien und so weiter und nach kurzer Zeit bist du Schmerz, du bist der Schmerzkörper, weil du dich komplett mit dem Schmerz identifizierst und du verhältst dich und denkst dann auch ganz anders, du hast eine krumme Haltung eingenommen und dann denkst du auch krumme Haltungsgedanken, du denkst selbst, also nicht selbstbewusste, selbstbewusste Gedanken, weil du dich auch nicht selbstbewusst fühlst und das strahlst du aus und das ist jetzt nur auf großer Ebene, was du nachvollziehen kannst, aber jetzt stell dir vor, das ist dir mit vier Jahren passiert, du hast irgendeine Vernachlässigung, eine Schmerz der Vernachlässigung gespürt, das hat für irgendeine Empfindung in deinem Körper gesorgt und damit du diese Empfindung nicht wieder spürst, hat dein inneres Kind, dein Unterbewusstsein, dein kleines Ich im Kopf, hat dann gesagt, okay, anscheinend lag das da dran, weil, also anscheinend hat mich meine Mutter vernachlässigt, mein Vater vernachlässigt, weil ich zu laut war, weil ich geschrien habe als Kind, weil ich Aufmerksamkeit wollte, das heißt ab sofort nicht mehr Aufmerksamkeit, nicht mehr mich zeigen, nicht mehr Sachen wollen, nicht mehr mich in den Mittelpunkt stellen, auf gar keinen Fall in den Mittelpunkt stellen, weil dann werde ich nicht weiter verletzt und das hat halt so, und du denkst, das ist halt so okay, so, es ist halt so, das war halt damals nicht schlimm, aber das hat halt so 30 Jahre immer noch Auswirkungen, das hat halt 30, 40 Jahre später die Auswirkungen, dass du dich nicht traust, auf eine Frau zuzugehen, dass du dich nicht traust, deine Meinung zu sagen, dass du dich nicht traust, Grenzen zu setzen. Oder dass du dich nicht traust, wirklich über Schwächen zu reden und dort mal mit offenen Karten zu sprechen, dich als Mensch nackig zu machen und jemandem zu zeigen, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht so krass, wie ich immer tue, da steckt eigentlich ein super unsicherer Junge da drin und du bist gerade einer der Ersten, dem ich das jemals zeige. Dich auch das zu trauen, mein Lieber. Ja, es ist, also, das ist einfach so, abzustreifen von, das ist ja nicht so schlimm und so weiter, oder das ist schon verarbeitet, nee, daran kann es nicht liegen. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Und unser Wachbewusstsein sind 5% unseres Bewusstseins. Und die anderen 95% sind Unterbewusstsein. Das beste Bild, was ich jemals dazu gehört habe, ist, stell dir ein Fußballstadion vor von einem Erstligisten oder so und das komplett im Dunkeln, im Dunkeln gehüllt. und dann ist es nachts und dann geht entsprechend einen Platzwart auf den Platz zum Mittelkreis und mach eine Taschenlampe an aus einem Zentimeter Entfernung. Und der Lichtkegel, der Lichtstreif da, der auf den Platz trifft, das Licht ist dein Wachbewusstsein, das ganz restliche Stadion ist dein Unterbewusstsein. Du weißt nicht, was du nicht weißt. Du weißt nicht, was da im Dunkeln lauert. Du weißt nicht, was damals dazu geführt hat, dass du heute so bist. Und es ist faszinierend, um einfach dieses Wort nochmal zu nennen. Und ich freue mich dann auch immer für die Teilnehmer, die dann die Durchbrüche haben. Wenn wir auf was stoßen, auf, sie reden über, über Sache A, so, keine Ahnung, die Frau hat mich verletzt oder versetzt und das, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, dann bohren wir da ein bisschen tiefer. Und es geht gar nicht mehr um das Thema Frau und Dating und dass sie versetzt wurden, sondern es geht plötzlich darum, dass sie mit zehn Jahren im Supermarkt vergessen wurden. Und dann kommt da so ein Seufzer von Aufarbeitung auf und das Thema ist nach und nach gegessen. Im Laufe der Wochen haben sie dieses Problem nicht mehr. Und daran hätten sie halt niemals gedacht, daran mal zu schauen, woran das da liegt und dann auch die richtigen Schritte zu machen in der richtigen Reihenfolge, mit dir dazu führen, dass das Ganze auch aufgelöst wird. Und das ist individuell. Deswegen kann ich dir jetzt gar nicht so direkt sagen, was die Schritte da für dich sind. Nicht, dass du entsprechend das Falsche machst und denkst, oh ja, das ist dann jetzt für mich aufgelöst. Und vor allem auch, was deine, was dein, genau dein Thema ist. Also diese, wie gesagt, das abzustreifen, ist ja nicht so schlimm. Und da auch vielleicht den Helden spielen zu wollen, das bringt dich nicht weiter. Das führt genau noch mehr zu dem Punkt, dass du noch mehr rationalisierst, dass du noch mehr im Kopf bist und Menschen, Frauen, noch weniger Kontakt zu dir aufbauen können und wollen. Ja. Ja. Und egal, an welchem Punkt unserer Entwicklung wir sind, wie gut wir mit Frauen sind, wir suchen dann nach der Ausrede, die uns ein Stück an Selbstwert gibt, weil ganz, ganz, ganz dreckig fühlen, das ist verdammt unangenehm. Wir wollen wenigstens ein bisschen uns darin ausruhen, dass wir ja nicht komplett Fehler machen. Und das ist dann diese kritische Identität, die wir dann annehmen, weil wir sagen, naja, okay, fein, ich bin vielleicht nicht der herzlichste Kerl, aber ich bin wenigstens witzig oder ich bin aber wenigstens, auf mich ist wenigstens Verlass oder genau andersrum. Ja, ich bin vielleicht nicht der lustigste Kerl, aber auf mich ist wenigstens Verlass. Ich bin sehr emotional, ich bin aber nicht sehr lustig. Na und? Aber dafür kann man mit mir zusammen ewig zusammen sein. Ich bin sehr treu und verlässlich. So, diese Identitäts, das Klammern an diese Identitätsformen, das macht dich ganz starr. Das macht dich komplett starr, weil du dann eben nicht mehr sagst, ich kann mich erweitern. Wie Bruce Lee gesagt hat, sei Wasser, mein Freund. Wasser passt sich an an die Tasse, es passt sich an die Teetasse an, es passt sich an das Glas an, es passt sich an das Meer an, Wasser ist überall zu Hause. Und wie Bruce Lee sagt, sei Wasser, mein Freund. Das heißt nicht, dass du wie ein Chamäleon dich überall reinfinden und überall Masken anziehen solltest. Nö. Es bedeutet, dass du das wahre Selbstbewusstsein entwickelst, dass du einen unerschütterlichen Wert in dir siehst, egal wo du bist, egal mit wem du bist, egal wie offen du dich gerade zeigst, egal wie mutig du gerade bist, egal wie locker oder rational du gerade mit jemandem umgehst, du bist 100% im Fluss in der Situation. Da entsteht diese Wir-Blase. Alles andere verschwimmt und wird unwichtig, weil du wirklich präsent vor diesem Menschen bist und du lässt es zu. Du lässt es passieren. Du lässt diese Verbindung zu. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber Andi, wie soll ich diese Verbindung zulassen, wenn sie doch gar nicht diese Verbindung will, dann sind wir wieder auf dem Rationalen. Du hast natürlich halb recht. Ich meine, eine Frau, die einfach nur an dir vorbeiläuft und dich nicht kennt, wie sollst du da die Verbindung zulassen, wenn sie dich nicht mal wahrnimmt und einfach an dir vorbeiläuft? Natürlich. Aber in dem Moment geht es dann darum, diese potenzielle Verbindung zuzulassen und zu sagen, weißt du was, ich gebe dieser Möglichkeit eine Chance. Ich bin einfach mal präsent und sage ihr einfach mal Hallo. Ich rücke meinen Blick nicht direkt weg, wenn eine Frau zu mir schaut, dann gucke ich nicht direkt nervös zur Seite, sondern ich schaue zu ihr und ich bin darauf vorbereitet. Mein Lächeln ist parat. Ich kann aus dem FF lächeln. Nicht wie du und ich es wahrscheinlich, so wie du es wahrscheinlich aktuell bist und wie ich es definitiv bin, wenn ich eingerostet bin, wenn ich nicht viel unter Menschen bin und wie ich es früher jeden Tag war, dass ich gedacht habe, keiner lächelt mich an, wie soll ich denn jemals mit einer Fremden irgendwie eine Connection aufbauen, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, jedes Mal, wenn sie zu mir gucken, wenn ich dann lächeln will, dann schauen sie schon wieder weg. Ich war nicht vorbereitet, mein Lächeln war nicht parat, ich war zu langsam und mein Lächeln war deswegen zu langsam, weil ich nicht geglaubt habe, dass es jemanden gibt, der mich anlächeln könnte und wenn es dann passiert ist, dann war ich total überfordert. Also darauf vorbereitet zu sein, heißt nicht rational darauf vorbereitet zu sein, die richtigen Techniken zu haben, nein, darauf vorbereitet zu sein bedeutet, dass du vom Besten ausgehst, dass du sagst, ich vertraue diesem Prozess und das ist emotionale Unabhängigkeit. Emotionale Unabhängigkeit, wenn du es wirklich geschnallt hast, erlaubt es dir, auf andere Menschen total sympathisch, offen und attraktiv zuzugehen und auch wenn sie das bei dir machen möchten, das anzunehmen. Ich sage es ja immer wieder, Männer, die bei uns im Coaching sind, die berichten immer wieder, wie sie dann in der Woche zwei, Woche drei auf einmal von anderen gegrüßt werden, dass andere Menschen zum ersten Mal ihnen Hallo sagen. Das ist ja total krass, sowas ist vorher noch nie passiert. Wie passiert das denn jetzt? Weil wir an dieser Unabhängigkeit basteln, weil wir an dieser Unabhängigkeit bauen und dir das Gefühl wiedergeben, im Fluss zu sein, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein. Dass du ganz genau weißt, hey, jetzt gerade in diesem Augenblick, da gibt es niemanden Besseren als mich, der jetzt gerade gefragt ist. Nicht, weil ich besser bin als andere, sondern weil ich jetzt gerade hier bin, weil es das Richtige ist. Und das könntest du sogar Vertrauen in das Schicksal, Vertrauen in göttliche Fügung nennen, ist mir egal persönlich, wie du es nennst. Wir sagen Vertrauen auf den Prozess. Oder manche sagen, die Reise ist das Ziel. Aber all diese Dinge, die wir immer wieder sagen, du hast vorhin so witzig gesagt, Dominik, du hast dir den Mund schon schusselig geredet bei manchen Themen. Darüber, wo wir uns den Mund schusselig reden, wo wir uns die ganze Zeit immer wieder auf dieselbe Sache fokussieren, das sind die Basics, auf die es ankommt. Völlig egal, ob du gerade noch Anfänger bist und noch nie eine Frau geküsst hast oder ein vermeintlicher Experte bist und du, tja, einfach noch nicht Glück genug hattest, dass die Richtige dabei war und wo sind die ganzen tollen Frauen? Ich finde keine tolle Frau. Es liegt bestimmt an den Frauen. Nein. Es liegt daran, dass du nicht wirklich Selbstbewusstsein hast und das dürfen wir erarbeiten, das dürfen wir langsam kommen lassen, Schritt für Schritt und da haben wir einen Leitfaden erbaut, der Schritt für Schritt dich wieder an dieses Selbstbewusstsein führt, an diese Leichtigkeit, an diesen Fluss. Völlig egal, an welchem Punkt deiner Entwicklung gerade bist. Die Basics sind die Basics, die wirst du immer wieder lernen und vertiefen müssen. Leichtigkeit, Lockerheit, Flirten, klar, ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Die Tiefe kommt danach, die Tiefe kommt dann. Das Herz öffnen zu können, das ist der Anspruch, den du an eine Frau hast und mein Lieber, da müssen wir auch einfach so ehrlich sein, dann hat sie diesen Anspruch auch verdient an uns. Dann müssen wir auch derjenige sein, der dazu bereit ist. Haben wir noch was vergessen, Dominik? Frage, würden wir den Männern noch mehr Input geben, noch mehr Rationalisierung geben, damit sie jetzt nicht starten oder haben wir noch die eine Information, die eine Information, die jetzt endlich all das Zerdenken beiseite schaffen würde und dass sie endlich einfach nur handeln können und gibt es diesen einen Tipp? Ja, dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht, genau dazu vor 10 Folgen, 15 Folgen, 20 Folgen, der eine Tipp, der Punkt, Punkt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Folge weiter hieß, dann hör dir diese Folge an oder schau sie dir an. meine Lieben, du bist gut genug, jetzt darfst du nur noch dir selber erlauben, für die Lücken, die du gerade noch nicht füllen kannst, die Lösung kommen zu lassen, die Lösung anzunehmen, wenn sie da ist, auch wenn sie sich ein wenig komisch anfühlt, wenn es mit Scham zu tun hat, dass Dinge peinlich werden könnten oder du dich öffnen musst, bloßstellen musst vor anderen Menschen, vor einer Frau oder vor anderen Männern, auch bei uns in der Charisma-Analyse, wenn wir miteinander sprechen, natürlich, da sprechen wir auf einer sehr persönlichen Ebene, da lernst du uns kennen, da lernen wir dich kennen und das ist ein Angebot, das ist ein Angebot, das ist kostenlos bei uns, kostenloseflirty.charisma-Analyse findest du www.flirteanalyse.de oder in der Beschreibung und dieses Angebot steht einfach, darfst du gerne annehmen, brauchst du auch nicht annehmen, wir sind da, wir werden auch noch in 10, 20, 30 Jahren hier sein, ich hoffe, dass du in 10, 20, 30 Jahren deinen Herzenswunsch natürlich schon längst erfüllt hast, bitte sag nicht, hey, ihr habt gesagt, ich habe noch 10, 20, 30 Jahre Zeit, ich habe jetzt 10, 20, 30 Jahre mich auf die Karriere fokussiert und habe jetzt immer noch keine Freundin, was habe ich falsch gemacht, also wenn das der Fall ist, dann sei jetzt schon weise und mach was, melde dich, in jedem Fall, Zeitmaschine, dann packen wir in die Zeitmaschine und dann fliegen wir zurück ins Jahr 2000. Ja, dann bist du safe, dann brauchst du jetzt gar nichts zu machen, dann lass das Problem einfach ruhen, regelt sich schon irgendwann, wenn wir die Zeitmaschine erfunden haben. Genau. Meine Lieben, fahrt vorsichtig, die Welt braucht euch, die Welt will dich auch noch viel mehr sehen und zwar in deiner echten, authentischen Form, nicht in der Form, von der du denkst, dass die Welt dich sehen will, sondern in deiner echten Welt, in deiner echten Form, du wirklich, du selbst und den Weg dahin, den gibt es, den hast du auch verdient, du hast Liebe verdient, jetzt brauchst du sie nur noch zuzulassen und kommen zu lassen. Okay, mein Lieber, alle Tipps hier auf dem Kanal und in der Podcast-Folge, wir freuen uns über jede positive Bewertung, Like, Kommentare, was euch für Themen noch interessieren, sehr gerne, dann können wir auch mal ein Thema machen, was vielleicht sehr speziell ist für deine Situation, schreib es uns einfach als Kommentar oder mir auf Instagram. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, hau freu dich dich.